Wie kommt die Missouri? Geil. Frohes neues Jahr, Jungs. Frohes neues Jahr, Jungs. Ey, frohes Neue. Lass dich nicht ein, jetzt bist du mal. Frohes Neues, meine Lieblinge. Ich werde euch dieses Jahr genauso hart wie die letzte Zeit. Du hast jeden. Brations heißt der. Aber eigentlich, wenn du das Spiel auf dir holst, oder? Ja. Ich kenne schon eine ure Krippe. Ich kenne mich. Ach, endlich mal wieder einen. Ey, Jungs. Schießt nicht mehr der Panzer, Mann. Der ist ja kaputt. Neimo. Was denn? Guck mal, was ich hier heute noch freigeschaltet habe. Guck mal hier. Guck mal hier, Pika. Guck dir das mal an. Hier, pass auf. Pass auf. Guck mal hier. Guck mal hier. Da, Kalli. Vielfach kill. Oh, moin. Fuck im auch. Fuck ich denke. Nei. Moin Jungs. Moin Jungs, Kalli hier. Ja. Jawoll. War kein Pika eigentlich easy. Wolltest du dich die Leute zu klugen, Alter? Kannst du dir das vorstellen? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Ja, du. Tschüssi. Jawoll. Ja. Jawoll. Das ist ein Assi, Alter. Ich bin... Oh nein. Oh, das war... Okay, das... Das war schlecht. Ey, der flieht wieder? Ja. Ja, easy. Eins und zwei und drei und... Aber was war... Scheiße. Direkt mal drei Leute weggeräumt. Ja, genau, 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 genau. Genau, hier hoch und dann bist du da. Wenn es da oben packt durchsteht, weil ich ihn für eine Stunde vom PS. Noch lachter. Oh, verliert Kalli wieder. Oh. Ich verliere nicht, ich habe nur Erfahrung. Du tue ein Stück Scheiße. Du tue ein Stück Scheiße. Du tue ein Stück Scheiße. Aber ich bin hier hochgekommen ohne... ohne die Leiter. Es gibt noch andere Wege. Wenn du außen bist, kannst du außen hoch... Sag schon. Kannst du auch hochlaufen. Hi. Hast du hier noch den Clamer gesetzt? Ich bin da nicht oben. Oh! Ich habe noch drei HP. Heisenberg, wenn du in der Ecke läufst und rechts guckst... Ah, danke schön. Du hast mich mit der Blankgranate getötet. Du warst Huren voll. Nein, ich bin genau dieses Loch gefallen. Aber du kannst hochklettern. Ja. Warte. Das wird gespeichert. Danke Leon. Aber diesen... diesen hier erste... Du Hurenkind, Alter. Kann ich mal einen Trick zeigen? Hä? Zeig mal. Tja, ich denke... Jetzt kannst du aber einen Ort finden, wo du schwimmen kannst. Alter, wie hast... Wie hab ich das überlebt? Halt dein Maul, Alter. Plötzlich steckt ein Jet neben... Ach. Ach 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 ach.